Mit Presono kann ich schon am Frühstückstisch ganz einfach aus bestehendem Content meine Präsentation vorbereiten und bei Bedarf mit multimedialen Inhalten ganz einfach ergänzen. Während ich unterwegs bin, kann das Team an der Präsentation weiterarbeiten und dank des zentralen Content Management sind immer alle auf dem selben aktuellen Stand. Dank des integrierten Rechte-Managements können wir genau aufteilen, wer an was arbeitet. Die kreativen Gestalter kümmern sich um das Design und wir können uns endlich auf den Inhalt fokussieren. Gut, dass wir dank der Presono Smartphone App auch unterwegs noch schauen können, ob die Präsentation wirklich passt. Hallo, ich freue mich. Hallo. Hallo. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, Englisch. Ja, mit Presono kein Problem, weil wir mit nur einem Mausklick die Sprache innerhalb einer laufenden Präsentation einfach ändern können. Hallo. Und danke, dass du mit uns befreitest. Let's start with showing you the next generation of Präsentation. Das war eine wirklich gute Präsentation. Ja, ich denke auch. Und dank der Freigabemöglichkeiten in Presono kann ich die Präsentation ganz einfach via Link an den Kunden schicken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.